so liebe leute jetzt gibt es noch mal ein letztes video und zwar ja die hauptscore schlagen 999 jetzt dürfen wir nicht Funky Kong in Rom so aieieiei, das kann ja nur schlecht werden so oh, der Funky dreht ganz ruhig, er geht alles kaputt oh, der Funky klingelt oh, der Funky klingelt oh, der Funky klingelt so ja, was ist das? und den Funky klingelt ja, oh, der Funky klingelt ja, oh, der Funky klingelt ich bin so sicher süß hehehe sehr ungesunde Sachen dass wir den Funky klingelt tch, whatever zon yeh ha ha ha, yes Funky klingelt, baby right ha 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 yeah zon oh, no hey, come on uh huh weki let's fly muuu uuuu ha 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 Ah so, das schwere der hat richtig reingehauen hier ist doch quand wirklich krankes küçükensinstes Video So, und damit haben wir es geschafft. Oder? Gucken, reicht es aus? Ah, fast. Okay. Dann müssen wir noch ein Video dranhängen. So, die Leute, jetzt gibt es nochmal... ...unneren super, super coolen Funky-Kong. So, wir dachten 40 Portionen davon. Aber dann anders Auto. So, jetzt gibt es die richtige Nummer zur Sache. Warte, wenn der ausfasst hat, die dann ist zur Verweilung. So, jetzt geht's mit dem Schatz. Das ist richtig! Funky-Kong! WOOOOO! Ja! Ja! Oh, Mann! Ja! 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 Oh mein Gott! Hey, komm doch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, aber richtig abgedehen, der ist doch... Was? Komm schon, Funky! Jawohl! Oh, ja! Was ist die Dumpen? Ja! Dumpen, du bist, ey! Das ist wirklich Dumpen, weil du bist, oder? Komm schon, Funky! Dump, 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 Dump! Baby! Dump! Und damit haben wir es geschafft! Mit Funky Kong! Mit Funky Kong! Den verrückten Affen! So, das war doch ein letztes, schönes Video! Sehr schön! 25.000! Wow! Sehr, sehr geil! Und damit haben wir es geschafft! Mit Funky Kong! Und Tadam! Und Tadam! weit ya! home oh yes! 8 Geschafft! Dreigewinnung! Fahrerpunkte, Fahrzeug und Gleiterzeug! I love that! So, sehr schön. So, und dann werden wir jetzt gehen wir nochmal in den Shop rein. Und werden nochmal so richtig hier die Sau rauslassen. Natur. Das war jetzt fünf Rubine. Aber scheiß drauf. Und wir gehen noch mit dem goldenen Mario los. So. Check it out. Check it out. Wow, yeah. Du, du, du. Got it. So, genießen wir mal die immer schöne Fats mit dem goldenen Mario. Yay. New York City. That's right. So. Mm-hmm. Mm-hmm. Wow. So. Hey. I got it. Wow. I love it. So. So, und geschafft. Damit haben wir auch einmal den Münzrausch gespielt. Cool. Bravissimo. So. So. Das heißt auch gleichzeitig wir bekommen ein weiteres Abzeichen und zweites das vorletzte Abzeichen. und dann haben wir auch das komplett. und sozusagen alles abgeschlossen. Und zwar gehen wir dann noch mal ins Menü. Gehen unter Fahrer. Und gucken, wem wir aufleveln können. Ich würde sagen, verdient am meisten hat unser Bubi hier. Wo ist er? Wo ist er denn, der Spinner? Da. So. Eins. Zwei. Und drei. So. Und damit, liebe Leute. Haben wir auch das letzte Abzeichen. So. Sehr schön. Tada. Ja. Und gleich ist es in meinem letzten Video, was wir alles erreicht haben. Also, folgt drauf. Aber vorher, bitte mal, Daisy. Wo! Yay! Daisy! Daaeh! Ja. 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 Whatever. Daaeh! 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 Daisee! Daisee! Wahoo! Mhm, mhm, mhm! Woah! 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 Ah, ha, ha, ha! Oh, yeah! Ouch! Yeah! Out of the way! Ha, 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 ha! Yeah, yeah! Ah, ha, ha! Oh, yeah! Mm-hmm, mm-hmm! Are you just gonna let me win? Ha, 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 ha! Oh, aye! Mm-hmm, mm-hmm! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Oh, aye, ha, ha, ha! No! Ah, ha, 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 ha! You're gonna go! Ah, ha, 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 ha! Ha! Who? Ah, ha, 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 ha! Daisy! Mm-hmm, mm-hmm! Bye! mm-hmm mm-hmm woooo ah hehehe hehehe blabla hhee you just gonna let me win ah hah hah ha ah hah hah Hey! Wuhu! Ja! Wuhu! Ja! 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 So Leute, und nun schauen wir nochmal alles an, was wir alles in dieser wunderschönen Nachttour erreicht haben. Super! So, hier nochmal die ganzen Katzen. Cool! Nun kommen die wunderschönen Abzeichen dran. Beginnen wir bei den Premium Missionen Plus. Sweet! So, hier sind weitere Premium Missionen Plus. Aha! So, hier die normalen Premium Missionen. Ja! Ha! Nun kommen die Tour Missionen 1. Oh, right! Ja! 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 So, hier sind ein tig. Wie kommen die Tour Missionen Nummer 2? fuckf! Jbie! Yippee! Yang dark! Ha ha! Yes! Ha ha! Und jetzt kommen die Meerspieler Tour Missionen und wird bald vorbei! Hier die gesamte Punktzahl, die wir in dieser gesamten Tue erreicht haben. So wie die Gold-Missionen. So, wisst ihr was? Und dieses wunderschöne Abzeichen, das passt doch perfekt zu Raum. So hier nochmal die Experten-Missionen. Und noch ein schneller Durchlauf von den anderen Abzeichen. Und mit den Worten, ich kam, sah und liebte, beende ich diese wunderschöne Tue und das Video. Danke! Buh-bye! 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 Buh-bye!